hallo und willkommen zu einem neuen video auf meinem kanal tja heute gibt es mal ein etwas anderes video auf meinem kanal ich habe nämlich eine frage an die community und zwar was schaut ihr denn eigentlich so zum thema brotters schaut ihr lieber lustige videos in zum thema brotters oder lieber challenges zb mit anderen youtuber oder alleine oder mit zuschauern oder in die e-sport richtung also zum thema brawler hoch pushen also rang 30er rang 35er push oder mögt ihr viele sachen die gemeinsam mit der community stattfinden oder spezielle formate das würde mich auf jeden fall mal extrem interessieren was davon würdet ihr bei mir denn am liebsten sehen wollen oder habt ihr vielleicht sogar lust etwas zu lernen bei mir zum beispiel könnte ich euch ja informationsvideos geben bei denen ihr erfahrt wie ihr den einzelnen brawler richtig spielen könnt oder wo er ihn spielen könnt und wie der brawler an sich funktioniert und wie man mit ihm besser wird und wer bis hierhin geschaut hat von dem möchte ich bitte dass ihr einmal in die kommentare schreibt von 1 ist schlecht bis 10 ist sehr gut wie gefällt euch mein content als punkte schreibt mir die punktzahl bitte unten in die kommentare weil ich möchte mich natürlich noch verbessern und wer zu seiner punktzahl noch dazu schreiben möchte eine begründung warum er mir diese punktzahl gibt leute sehr sehr gern würde ich mich sehr darüber freuen wenn ihr ideen oder wünsche habt können die natürlich genauso in den kommentaren mit rein dann danke ich euch fürs zusehen und würde mich sehr über einen daumen nach oben freuen und falls ihr zukünftigen content nicht verpassen wollt lasst doch gerne unten ein abo für mich da und dann würde ich sagen heute sehen wir uns im nächsten video wieder euer river